willkommen liebe Clasher bei mir dem Thorsten bei einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans und ihr seht das hier ihr könnt euch sicherlich daran erinnern dass bei mir diese sachen in der Bauarbeiterbase nicht mehr spawnen also dieser kleine stumpf und dieser kleine wie heißt es da und dieser kleine Stamm und ich habe den Supercell Support einfach angeschrieben denn der Sky hat mir gesagt du mach ein Ticket auf wenn das nicht mehr so ist und als ich das Ticket aufgemacht habe ihr seht das hier dass es ein Problem gibt seit dem neuen Jahrfest in China also some players who bought multiple Lunar New Year Decorations are missing some of Zeus Decorations also eigentlich ist es ein bisschen anders aber ich habe mir dann schon ähnlich ähnliches gedacht und habe dann auch ein Ticket aufgemacht also hallo seit dem China Update spawnen bei mir halt diese beiden Sachen nicht mehr ist natürlich sehr sehr schade denn die Games habe ich ja gesagt nehme ich immer ganz gerne mit und habe auch geschrieben die waren eigentlich immer da und so weiter und tatsächlich habe ich dann Antwort direkt nächsten Morgen gab vom Support Grüß dich Herausforderer danke für deine Nachricht Hindernisse tauchen manchmal oder komplett zufallsbasiert auf ja das ist klar bei allen Spielern manchmal passiert das öfter manchmal seltener okay bei mir ist das allerdings regelmäßig passiert und daher ist es reine Glückssache das glaube ich jetzt nicht nicht so wirklich also habe nach ein paar also man hat noch ein bisschen Geduld bald werden ein paar Stücke bei dir erscheinen Hurra und wenn du irgendwelche Fragen hast zögere nicht uns weiter anzuschreiben ja vielleicht auch eine automatisierte Antwort ich weiß es nicht aber das witzige ist kurz danach tatsächlich tata jetzt muss das Spiel erstmal laden habe ich ja ich habe die beiden Dinger wieder ich habe hier den den Tristumpf und ich habe hier den Stumpf die bauen wir jetzt auch mal ab also die beiden Dinger sind bei mir wieder gespawnt ich habe es jetzt extra mal liegen lassen damit ihr das seht und ich jetzt nicht irgendwie irgendwelche Scheiße erzähle hier oder so aber es ist wirklich so bei mir sind die extrem gar nicht mehr gespawnt und eigentlich sind die jeden Tag mindestens einmal da mindestens diese beiden hier alle anderen Sachen baue ich nicht ab und ihr könnt mir das auch glauben in meinen anderen Dörfern habe ich viel viel mehr Dekoration stehen viel mehr Bäume viel weniger abgebaut ihr seht ich habe hier schon so viel mehr Dekorationen stehen und viel mehr Bäume so ein bisschen was was abgebaut und habe jetzt auch mal zwei Lampen stehen lassen das ist wirklich so denn das Nachtdorf meide ich nach wie vor jetzt schon seit ja sieht man da 16 Tagen und aber die beiden Dinger baue ich ganz gerne ab jetzt habe ich hier auch die Gems und worauf will ich eigentlich noch in dieser Folge raus ihr habt sicherlich die Liga so ein bisschen so ein bisschen im Blick und im Griff also man sieht ja schon wer greift wie an und so weiter aber ich will heute mal auf eine Webseite verweisen wo man das noch viel besser sehen kann und ich habe es auch ein bisschen verpeilt muss ich sagen und ich denke mal diese Seite werden die meisten kennen Clash of Stats also die gibt es einmal in nein in DE gibt sie nicht wirklich bei mir lädt die komischerweise immer in .com aber ich zeige euch gleich kurz wie man die auch auf Deutsch schalten kann und ihr seht das hier es gibt hier ganz ganz viele Statistiken und es gibt hier mittlerweile auch Clan-Wall-Statistiken ähm wir können hier Player Searchen und wir können hier auch Clan Searchen ich habe jetzt mal unsere ID hier hoffentlich noch in der Zwischenablage die brauchen wir nur einfügen und warten man muss nichts klicken und dann seht ihr hier hier haben wir den Clan Spätze mit Sauce und jetzt lädt die Seite hier einmal durch zeigt uns ganz klar hier was ist hier unser Clan-Tag was ist hier unsere Beschreibung und so weiter und ähm das Ganze ist allerdings jetzt glaube ich komplett in Englisch ja hier steht Wars und so weiter ähm hier seht ihr alle unsere Accounts die hier zur Zeit drin sind es sind im Moment nicht so nicht so wirklich viele wegen der Liga aber ähm wer das Ganze in Deutsch haben möchte ähm wenn man hier jetzt auf Wars geht dann sieht man natürlich auch wir haben öffentliches Log ähm dass man hier unten auf das Warlog klicken kann ja meine Maus ist heute mal drin und ähm auch die Clan War Liga und ähm um das Ganze in Deutsch rein zu bekommen jetzt muss ich mal genau überlegen glaube ich musste man hier vor da oben bin ich jetzt in der Leiste ein schräger DE nehmen meine ich und dann haben wir das Ganze oh der der Enter war der Enter war laut aber dann haben wir das Ganze glaube ich in Deutsch genau Kriege und hier seht ihr auch so ein bisschen die Clan Kriegs Liga ich hab das ein bisschen verpeilt äh ich wusste nicht dass die das auch mit mit tracken hier und ihr seht hier dann auch die ganzen Runden in der wir sind wir sind im Moment in Runde 4 Runde 5 kommt also auch die wird schon immer ein bisschen mit angezeigt und ähm ihr könnt hier euren Gegner sehen mit welchem Lineup der Gegner unterwegs ist und ihr könnt natürlich auch dann direkt in die Runden rein klicken und wir gucken mal in Runde 4 in der Befindung uns im Moment einmal rein und ihr seht das wer gegen wen bettelt und ihr könnt hier genau sehen wie viele Sterne holen die gegen den Gegner XY und so weiter ich finde es echt super super gut ähm man muss sich hiervon nicht beirren lassen hier wird nicht angezeigt was teilweise noch nicht war ich gucke jetzt mal wo wir sind wir spielen im Moment gegen den Top Clan IR und wenn ich jetzt hier unten einmal auf ähm die Statistiken gehe dann seht ihr auch hier wie wir Spätzlis hier zur Zeit angreifen und ihr seht das wir machen na wir machen ganz gut 3 Sterne äh Judami hat noch nicht angegriffen Thorsten hat noch nicht angegriffen ok und ähm eywitness Swash und Backfisch sind sind noch offen beim Gegner ähm auch das sieht man sehr sehr schön wir holen die Gegner hier ihre ihre Sterne und das könnt ihr hier für jegliche Clans machen auch die die ihre Loks geschlossen haben finde ich wirklich sehr sehr nice und ähm wollte ich einfach nochmal kurz darauf hinweisen denn wir verteilen hier natürlich auch Hohn und Spott vor allen Dingen wenn man hier mal in die Statistiken schaut ähm dann sieht man schon mal so wie greift mein Kumpel im Clan XY an und ähm ich finde es echt 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 schick man kann aus diesem Clash of Stats hier wirklich wirklich viel rausziehen also ich kann euch das nur an die Hand geben ähm verirrt euch ruhig mal ein bisschen auf die Seite hier und ihr werdet sehen ähm es kommen ähm überraschende Sachen für euch raus aber überraschend ist natürlich auch jetzt muss ich wieder umschalten gestern eingeschrieben muss immer schneiden ja sicher muss ich schneiden denn ich muss jetzt wieder umschalten aufs Tabby und äh obwohl das kann ich eigentlich auch so machen oder ja ich kann es auch so machen aber es ist gerade mal offline also gehen wir hier jetzt mal kurz ins Spiel rein direkt mal ohne Schnitt okay und wer oh entschuldigt bitte ich bin ein bisschen vernuppelt nach wie vor aber es wird ja ein bisschen wärmer und ähm wir spielen hier ja auch Liga und wir kennen unsere Gegner hier und wir spielen hier richtig richtig nice Liga aber Hohn und Spott müssen hier einfach einige Leute manchmal ertragen ich ja auch ich hab mich ja gestern richtig mal richtig wieder fett in die Nesseln gesetzt mit meinem Angriff auf den Rathaus 9 aber Leute das ist halt so so ist das Leben bei Clash of Clans und da wir uns ja im Jahr des Schweins hier befinden haben wir tatsächlich auch mal in der Liga ein paar Schweinereiter Angriffe also finde ich wirklich wirklich nett und ähm ich hab eben noch meine Kommentare gerade quer gelesen da hat einer tatsächlich gefragt auf die Folge von gestern die da ja hieß ein Jahr lang Schweinereiter nein die Schweinereiter sind nicht ein Jahr jetzt günstiger das wäre richtig geil äh sondern sie sind jetzt nur für eine begrenzte Zeit sieben Tage ähm günstiger ähm und ähm nicht das ganze Jahr das war ja so ein bisschen ja mal daher geholt wir schauen mal wie der Seifer Alchemie der Rewe ihr wisst das ist ist für mich immer noch der Rewe so hieß er nämlich irgendwie früher Revene Reng oder so da kannst du dich noch umbenennen wie du willst du hast einfach deinen Namen weg hier aber der Seifer Alchemie greift hier erstmal mit mit einem kleinen KS an oder einem mittelprächtigen KS also KS ist immer ein Kill Squad das ist so die die First Army die dir hier so ein bisschen in die Base rein schickst um hier so ein bisschen den Funnel zu machen um so ein bisschen Defenses rauszunehmen aus der Base also wichtige äh Defense Gebäude sowie zum Beispiel so ein Adler den machen jetzt hier hinten hier in der Mitte die ähm Bowler und die Queen und dann geht das hier hinten mit der Schweinerei jetzt so ein bisschen weiter also mit den Hox ich gehe mal ein bisschen näher für euch rein denn er hat schon ziemlich relativ oder ziemlich viele Hox hier verloren im Laufe der Zeit jetzt haben wir hier schon die ersten Skelette ran und das ist auch immer so ein ganz kleines Problem finde ich ähm dass äh die Zwölfer vor allen Dingen immer nur ein Gift dabei haben den nimmst du entweder für das Kill Squad vielleicht sollte man dann doch in der Clanburg ein Gift und vielleicht noch ein Fries mitnehmen so dass man einen großen Zauber jetzt nicht nimmt denn er hatte hier jetzt noch am Ende immer noch einen Zauber über und ähm aber nicht mehr so viele Hox ja vielleicht hätte man da auch sagen können okay ich mach mal die ganzen Skellys weg die mir jetzt an der Hacken sind und Frosty vielleicht den Inferno wäre vielleicht aufs gleiche rausgekommen aber jetzt hat er hier noch ein bisschen Cleanup Queen ist noch dabei der Warden ist noch dabei also wunderbar alles schick hier jetzt wird hier nur noch ähm die Base ein bisschen aufgeräumt und er hat er hat sogar Glück mit dem Laki hier eigentlich heißt es ja immer greifst du mit Luft an nimmst du Luft Cleanup greifst du mit Bodentruppen an so wie hier nimmst du Boden Cleanup weil du natürlich überhaupt nicht nicht eine einzige Luftfalle ausgelöst hast und wenn er dann plötzlich ihr seht das da die Tonne geht jetzt doch auf den einen Lakaien dann ähm dann ähm hast natürlich ein Problem und dein Cleanup geht hier kaputt und du hast keine Zeit mehr aber ähm das war jetzt äh noch nicht der Hohn und Spott der kommt nämlich jetzt erst den bekommt heute nämlich der Marco ab also der Abtier ähm das ist jetzt ein Dip 12 auf Rathaus 11 denn äh tatsächlich haben wir in unserer Liga einige Clans die auch mit Rathaus 11 antreten wir waren ja auch lange mit Rathaus 11 unterwegs haben aber ähm das ganze gut denke ich mal kompensieren können haben uns immer gehalten vor allen Dingen hier in der Champions League 3 sind wir im Moment noch wir wollen ja ein bisschen aufsteigen ähm wir mühen uns auch redlich muss man sagen aber andere Clans kämpfen natürlich auch mit und wie gesagt wenn ihr mal auf Clasher Start schaut ihr könnt dort alle Clans der Welt nachgucken wie spielen sie oder euren besten Tittenkumpel oder was auch immer ähm finde ich finde ich wirklich sehr sehr nice muss ich sagen und ich gucke da jetzt doch mal häufiger rein ich hab das wirklich verpeilt dass die mittlerweile auch die Liga hier drin haben und man so schöne Statistiken sehen kann daran kann man sich so ein bisschen orientieren wie greift der Gegner an ähm wir hatten nämlich hier jemanden in der Gruppe der hat hier super losgelegt ich glaube ein Clan aus Frankreich war es ähm der hat hier Sterne gemacht wie blöd und da guckst du natürlich mal rein oh 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 was machen die da gerade gegen Clan XY und ähm dann stellt es aber plötzlich fest oh so gut sind sie doch nicht ähm denn auch hier und da machen die mal einen Stern ja da kann man dann mal so ein bisschen also man kann das so ein bisschen deuten man kann so ein bisschen darauf hinarbeiten wie man hier angreifen muss ob man hier wirklich nur auf zwei geht oder teilweise auf drei Sterne aber ich denke mal der Marco ist hier ganz klar auf drei Sterne gegangen denn mit Max Rathaus 12 auf Rathaus 11 kann es natürlich mal ein Fehl geben ihr habt ja gestern gesehen ich hab ja auch wieder nett gefällt auf den vermeintlich schlechten Neuner und ähm ich weiß ich hab mitten im Video auch gesagt aber so ist halt auch live ist live äh wenn wenn ich dann sage boah ist das eine scheiß Base und verkacke dann ich weiß am Ende will ich das nicht nochmal aufnehmen denn das das ganze würde das ganze irgendwo verfälschen und ihr seht wie viel er schon mit seinem Killsquad hier rein holt 60% nur mit dem Killsquad und jetzt kommen erst die Hog Rider da haben wir eigentlich gedacht äh alter Falter das ist ja der Hammer ähm aber das Beste kommt eigentlich zum Schluss das Beste kommt immer zum Schluss ohne Spott erntet auf jeden Fall der Marco ich weiß er ist mir nicht sauer ich weiß dass er heute die Folge guckt und ähm ich hab heute Abend auch gesagt ich hab hier wirklich ich kann euch sagen ich hab Tränen gelacht ich hatte wirklich die Tränen hier in den Augen weil ich so ablachen musste ähm was ähm hier dann passiert ist und eigentlich nichts Schlimmes hier sind nur noch ein paar Gebäude die Hogs sind super unterwegs kein Thema ähm alles tut ihr hier schaut euch das an hier völliger Overkill also die Base hier absolut abgerockt zwei heilzauber noch zum wegzwecken und ich weiß er wird mir nicht sauer sein aber die besten Folgen habe ich eben schon angefangen liefert einfach immer der Kunde selber also ihr die Zuschauer ihr oder meine Clanspieler hier und jetzt haben wir wir haben nicht mehr viel zu machen hier neun Sekunden Zeit meine von da bis da neun Sekunden überhaupt kein Thema überhaupt kein Thema wir gucken jetzt mal genauer hin wo warum die Hogs hier so gierig sind genau den Weg zu nehmen weil da noch die Tornado Falle ist ich hab hier echt Leute ich hab hier wirklich gelegen ich hab Tränen gelacht und ihm lief dadurch die Zeit davon Max den Tornado hier echt haut ihn euch rein auf Rathaus 11 99% sowas das erntet Hohn und Spott aber es erntet auch ein super Angriff hier wir sind uns einig das sind drei Sterne das ist mal super super Pech das habe ich auch noch nie erlebt so und das musste ich aber einfach mal festhalten es kommt natürlich eine Ausrege bevor eine Wartung kommt und ich kann euch diesen tollen Angriff nicht mehr zeigen also richtig krasses Ding hier und wir sind auch wirklich krass unterwegs wir haben noch drei Stunden und 27 Minuten und fahren hier wirklich wirklich gut in der Liga wir haben in diesem Klankrieg 7 3 Sterne mittlerweile hingelegt und haben ja noch ein paar Angriffe offen das habt ihr eben bei Clash of Sets gesehen I hat noch auf ich hab noch auf Swash hat noch auf Yudami hat noch seinen Angriff auf also wir haben noch vier Optionen hier noch mehr Sterne zu holen das wird jetzt der gegnerische Clan nicht mehr aufholen und wir haben mittlerweile auch 1 2 3 das wird unser vierter Sieg denke ich mal wir sind super dabei kann man nicht anders sagen Saison wir sind ganz oben ich kotze ich weiß nicht warum es kommt aber schaut einfach auf Clash of Stars da könnt ihr sehen warum wir jetzt gerade auf 1 stehen und wenn wir gewinnen kriegen wir noch mal 10 dabei die Warriors das sieht man hier haben verloren gegen den Clan gegen diese Andres Sombas oder sie werden denke ich mal verlieren und die kommen aber auch nicht mehr ganz an uns Rand mal sehen es gibt ja immer noch 10 Sterne obendrauf also es bleibt Hölle Hölle spannend und es hat mich gefreut dass ich euch das mal zeigen konnte ich hoffe ihr habt euch auch gefreut wenn dem so ist lasst mir immer oder lasst mir nicht immer lasst mir gerne einen Daumen am Ende nach oben da und ich denke mal wir sehen uns mit weiteren hoffentlich ulkigen Folgen hier ich musste jetzt darüber schon wieder so ein bisschen lachen ich habe schon wieder leichte Tränen in den Augen aber bis die Tage euer Toto Clash bis zum nächsten Mal